Du fährst durch mehrere andere Anclosionen auf dem Weg zum Planetarium. Schau leicht! Es gibt keine Ahnung, was hier die Residenz aufgenommen hat. Kannst du beide kaufen oder dann wirklich nur eins davon ausmuchen? Wahrscheinlich nur eins, ne? Nö! Achso, doch. Ja, okay. Man kann beide kaufen, aber nur einen aktivieren. Ja, okay. Ah, wird schön verschwendet. Kannst du ja mal das benutzen, mal im anderen Level das andere. Oh, einen Perk habe ich irgendwo. Mhm. Okay, ne, das brauche ich nicht. Oh, yes. Kann mir noch gar nicht alles kaufen. Hm. Ja, müssen mehr Kids finden. Let's go. Ja. Achso, Walle. Ich habe noch einen. Ne, okay. Hey, ein Medikin! Oh nein. Oh Gott, wie das ein Unschuldiger. Ja. Okay. Ja, ein Prügler. Steht. Wenn das Ding hier ist, wird es dich ausbrechen. Was? Mein Visier ist jetzt so rot. Rot? Achso, wegen dem Extra-Schuss. Ich hab jetzt dieses Vampir-Visier. Ja, deswegen wahrscheinlich. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Der hält was aus, oh Gott. So. Den sollte man vielleicht nicht. Ich hab jetzt ein Level-Up bekommen. Jetzt nochmal zurück. Geht nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde mit dem Visier. Ich sehe nicht mehr so viel. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Hat er denn eine Schwachstelle? Vielleicht an seinen Rücken oder so? Oh oh, wie versteht man? Alles rein! Boah, der wald ist auch noch! Ah, du wirst das nicht vergessen! Das ist genug von dir! Ich hab hier mal schnelles gefunden! Oh, geil! Ah, ein Ritual-Zirkel! Oh, verdammt! Bruno! Oh Gott! Oh Gott! Ach, das ist... Ich bin so doof! Und, kriegst du es hin? Oder soll ich kommen? Ich brauch' Hilfe! Der kommt zu spät. Du musst auch gerade gegen so einen kämpfen! So! Oh! Konaten! Oh! Ich lock's noch rein! Ja, ich bin aber still an dem, als ich in der Luft war! Oh, da ist er doch! Oh, da ist er doch! Oh, hier ist eine Hand! Eine Hand? Geil! Die mit Ratten spült! Befohlen, dass er gläuft! Befohlen, dass er gläuft! Der mit schief! Supply crate spotted! Du hast! Reload! Oh, ein Medkit gibt es hier. Was ist das? Was ist das? Creepers kommen aus den Trennen! Nice! Got a landmine! Oh Gott! Viel Spaß mit dem! Wir haben einen Hand-Optik. Nein, ich lasse sie ja nicht allein. Wird er mit dem Kumpel bei dir? Noch ein paar, aber die sind erst tot. Oh! Bruno, du hast uns in einen verdammten Creepernest gebracht. Wir lassen sie überwählen! Stand your ground! Diese Pflanzen sind echt nicht leicht zu sehen. Ja. Ich mag das nicht. 20 Blindspotten. Nice, nice, nice! Ob es noch mal... Ah, da ist das, da ist Boni! Guck mal hier! Ich hab noch! Hier! Ich hab noch mal hier! Neue Schroh finden uns, das ist leer! Ich hab jetzt was Kaposi... Und gleich wieder! Oh oh, Grenaden! Hier! Oh man! 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 Littes, Littes, Littes! Ah, okay, da geht's weiter. Ich dachte, jetzt spawnt er irgendwas raus. Hm, der nächste Boss. Okay, dann gehen wir runter. Oh, c'est fou. What? Oh, shit. Okay. 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 Okay.